Tagesvorschau, nach den ersten beiden Spieltagen bei der FIFA U17 Weltmeisterschaft Indien 2017 stehen in den Gruppen C und D-Iran bzw. Brasilien bereits als Achtelfinalteilnehmer fest. Hoffnungslos startet aber keines der Teams in den dritten und letzten Gruppenspieltag. In der Gruppe C ist die Rechnung für Costa Rica und Guinea recht simpel. Siegen oder nach Hause fliegen. Deutschland wäre mit einem Sieg ebenfalls sicher eine Runde weiter. Den DFB-Junioren könnte aber auch ein Unentschieden reichen, wenn Costa Rica nicht gegen den Iran gewinnen kann. In der Gruppe D ist klar. Korea DVR ist zum Siegen verdammt, um ihre Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Europameister Spanien hingegen könnte ein Remis in dieser Begegnung genügen, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Ob dem Niger ein dort ebenfalls reichen würde, hängt von den Ergebnissen der anderen Gruppen ab. Ein Sieg wäre die sichere Variante für den Debütanten, gegen Brasilien benötigt es da aber allerdings auch ein kleines Fußballwunder. Er ist hier nicht ein paar Gerät schädigt. synd